In diesem Video zeige ich euch die ersten 2 Euro Münzen des Jahres 2018 für das Quartal 1 Januar bis März. Dabei sind alle Ausgaben vertreten, die in diesem Zeitraum erschienen sind, die ich in diesem Zeitraum bekommen habe und ohne große Umschweife fangen wir direkt an. Die erste Münze ist aus Andorra, noch aus dem Jahr 2017. Andorra Land in den Pyrenäen mit einer Auflage von 85.000 Exemplaren im Blister. Zu sehen sind 3 Linien, die als Dreieck den Umriss Andorras symbolisieren sollen. Dieses Symbol ist ein eingetragenes Markenzeichen Andorras und wird auch dort in allen öffentlichen Bekanntmachungen verwendet. Kann man sich ähnlich vorstellen, wie ich zum Beispiel oben links auch mein Kanal-Icon eingeblendet habe. So wird es dann eben in Andorra mit diesem Symbol sein. Nummer 2 ebenfalls aus Andorra aus dem Jahr 2017. 100 Jahre Nationalhymne Andorras. Eine Münze mit einem für mich gelungenen Motiv. Zu sehen sind einige Takte der Hymne Andorras und Blumenranken, die das Motiv sehr schön ergänzen. Außerdem der Schriftzug 100 Jahre der Hymne Andorras. Die Münze erscheint ebenfalls im Blister mit einer Auflage von 85.000 Exemplaren. Kommen wir jetzt zu den deutschen Münzen. Nummer 1 ist Berlin, die 2-Euro-Münze mit einer Auflage von 30 Millionen Exemplaren. Die Fortsetzung der Bundesländer-Serie mit dem Schloss Charlottenburg als Motiv. Das ergänzende Video dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Weiter geht es nochmal mit Deutschland mit der 2-Euro-Münze 100. Geburtstag von Helmut Schmidt. Geboren am 23. Dezember 1918, gestorben am 10. November 2015 und in der Zeit von 1974 bis 82 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Auch diese Münze mit einer Auflage von 30 Millionen Stück. Kommen wir jetzt zu den Ausgaben aus Estland. Da haben wir zuerst die Münze 100 Jahre Unabhängigkeit. Estland wurde am 24. Februar 1918 unabhängig. Das zweite Mal dann nach der Auflösung der Sowjetunion. Die Münze zeigt dabei die Verflechtung der drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen und hat eine Auflage von 500.000 Stück. Die zweite Münze aus Estland zum Bestehen der Republik Estland seit 100 Jahren, eben seit 1918, zeigt das offizielle Logo des Jubiläums. Und dabei kann man zwei Sichtweisen haben. Einmal kann man die Zahl 18 sehen, beziehungsweise auch die Zahl 100. Diese Münze hat eine Auflage von 1,318 Millionen Exemplaren. Kommen wir jetzt zu Frankreich mit der 2-Euro-Münze Kornblume zum 100-jährigen Ende des Ersten Weltkriegs. Der Erste Weltkrieg ging vom 28. Juli 1914 bis zum 11. November 1918 und die Münze zeigt im Vordergrund eine Kornblume und im Hintergrund dargestellt die französische Flagge. Die Münze hat eine Auflage von 10 Millionen Exemplaren. Kommen wir nochmal zurück auf die Gemeinschaftsausgabe der Baltikumstaaten, jetzt mit Lettland. Das Land hat aktuell etwa 2 Millionen Einwohner und ist seit dem 18. November 1918 unabhängig. Die Auflage der Münze beträgt in der Normalausführung 500.000 Stück. Als Dritter im Bunde ist Litauen mit 100 Jahre Unabhängigkeit. Litauen wurde am 16. Februar 1918 unabhängig und derzeit leben etwa 2,9 Millionen Einwohner dort. Erwähnenswert ist, dass es aus der Rollenware auch Münzen in Stempelglanz gibt, die teilweise mit untergemengt waren. Den Unterschied kann man, denke ich, ganz gut auf den Bildern erkennen. Und die Münze hat eine Auflage von 1 Millionen Stück. Setzen wir die Jubiläen der Republiken Europas fort mit Österreich 100 Jahre Republik. Die erste Republik Österreich wurde am 12. November 1918 gegründet und die Münze ebenfalls mit einem wirklich schönen Motiv zeigt Athene die Göttin der Weisheit und das Parlamentsgebäude der Republik Österreich. Ein sehr gelungenes und für die Münze Österreich gewohnt sehr detailreiches Motiv, auch wenn viele der 2 Euro Münzen auf der Wertseite Beschädigungen durch den Prägevorgang aufgewiesen haben. Aber dennoch eine wirklich gelungene Münze gefällt mir sehr gut, kann gern so weitergehen. Die Auflage der Münze beträgt 18 Millionen Stück, 100.000 und 100 Exemplare, also rund 18 Millionen Münzen. Kommen wir jetzt zur Slowakei mit der ersten Münze 25 Jahre Republik Slowakei. Zu sehen ist das symbolische Tor als Zugang zu Europa, außerdem im Hintergrund die Landkarte der Slowakei und auch das Staatswappen. Gegründet wurde sie am 01.01.1993 und derzeit mit rund 5,43 Millionen Einwohnern. Aufgelegt wird diese Münze mit einer Stückzahl von 1 Millionen Münzen. Kommen wir jetzt zu den spanischen Münzen. Die erste Münze, herausgegeben zum 50. Geburtstag von König Philippe VI., zeigt sein offizielles Wappen, welches mir persönlich sehr gut gefällt, kommt auf der Münze auch sehr sehr gut zur Geltung. Philippe VI., geboren am 30. Januar 1968, ist seit dem 19. Juni 2014 König von Spanien und stammt aus der Dynastie Bourbon-Anjou. Die Münze hat eine Auflage von 400.000 Stück. Zu guter Letzt die zweite spanische Münze, die Fortsetzung der UNESCO-Weltkulturerbeserie mit der Altstadt Santiago de Compostela. Zu sehen ist der heilige Jakobus im Vordergrund bei der Kathedrale Puerta Santa in der Altstadt Santiago de Compostela. Die Münze hat eine Auflage von 300.000 Stück. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut gerne nochmal in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch die beiden Zusatzvideos zu den deutschen Ausgaben Berlin und auch Helmut Schmidt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss! hinzu!